Vielleicht können wir ja dem Jan links und rechts ins oberen Blatt stecken. Mit einer Brille. Hat der eigentlich in der mittelalterlichen Szene die Brille abgehaftet, der hat. Okay, gut, hat er. Ist ja nun entstanden. Ja. Aber wie ist dieses Sinnbild entstanden? Woher kommt die Redewendung? Das war cool jetzt mit Fn und so, ich fand es jetzt ein bisschen so im Aufgesagt-Modus. Vielleicht ein bisschen... Ja, ja, ich muss ja oben so... Ja, ja, schon klar, aber vielleicht ein bisschen flüssiger. Aber wie ist dieses Sinnbild entstanden? Nee, das ist Mist. Ja, nee.